Herzlich Willkommen Leute zu einem ganz besonderen Counter-Strike Global Offensive Video. Wir spielen Custom und ihr seht schon im Hintergrund, wir spielen heute Zoo. Eigentlich hätte ich mich gerne vor die Kamera gesetzt und euch das Pre-Intro gesprochen, aber es ist schon wieder mitten in der Nacht. Wir haben die ganze Woche lang Veteran gestreamt. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wir haben nämlich ein Turnier gespielt und das war ziemlich wild. Jetzt soll es aber um Counter-Strike gehen. Wir spielen CSGO intern. Ich glaube, wir spielen 4 gegen 4, was jetzt nicht so schlimm ist. Ist so ein bisschen just for fun. Ich würde es gerne öfter machen, denn es gibt sehr, sehr viele coole Custom-Maps. CSGO hat ja auch jetzt nicht mal einen Patch rausgebracht, also es gibt vielleicht auch wieder aktuellere Streams. Nichtsdestotrotz nimmt das Ganze nicht so ernst. Es wird nicht ganz so serious gespielt. Hier wird ein bisschen getrollt, hier wird ein bisschen Trash-Talk gemacht. Ihr kennt das Ganze einfach. Just for fun, ein bisschen runterkommen. Custom-Match auf einer der schönsten Maps. Wie sind CS Jäger ab? Wir vermissen auch alle Cobblestone, aber jetzt soll es um Zoo gehen. Nicht kaum mehr. Ich habe nichts getroffen. Bitte. Kevlar gekauft? Ja, ich kaufe immer Kevlar. Ja, aber nicht in der Naive drauf. Oh, was ist das denn? Okay, er ist da. Es tut mir leid, ja? Es ist Montag, okay? Ich hatte ein hartes Wochenende. Ich habe viel getrunken. Dann hast du was? Von 12 bis 4 schlafen und dann... Ja okay, erst mal übertreiblich. Acht Stunden wach sein und dann das Glas in grün. Acht Stunden wach sein. Also ich bin ein absolut vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Ich bin mir nicht sicher. Boah, das wird aber ganz schön eng. Oh, jawoll, eines ausgeregt, zack! Wie viel kommt von hinten? Ich mach mal trotzdem Tee oder was? Ich würd' sagen, ja oder? Klar, klar. So kannst du zu viert total beschissen halten. Dann muss man auf einen Tee schreiben, dann ist es TTT. Jetzt ist es TT-Rodger. TTT-Rodger. So, was wollen wir machen? Ich würd' immer sagen, Kunran Kolkne Strat. Um Gottes Willen. Sehr gut. B unten. B unten? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, B oben oder unten? Also du gehst jetzt rechts und dann links und dann smoke ich Schlange. Oh ja, Schlange, ganz bürzer Spot. Okay, gehen kurz. Schwimmen im Aquarium. Und los. Ich smoke Schlange. Ja, tun sie das? Kommt. Ich flash oben. Ja? Ja. Und raus, und raus. Ja, auf jeden Fall Maus. Um, um. Was ist frei? Der kommt gesegelt. Das war nicht, Maxi ist noch oben, Maxi noch oben. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Wie kann doch trotzdem klappen. Da ist doch eine Schiebetür. Wo ist eine Schiebetür? Das habe ich da gesehen. Äh, hinter. Einfach vorbeigelaufen während dem Leck, ne? Bei Schlange war es eine Schiebetür jetzt. Echt jetzt? Ja, die hast du sogar aufgemacht. Die hab ich aufgemacht? Ja, die hat so einen Bewegungssensor dran. Ah, wow. Gipi dachte, wir sind da im Luftfahrtmuseum und hat ein Segelflieger, äh, ermimt. Nachgemimt. Mal sehen, ob ich die, noch kann die Smoke. Ich teste mich in der Mitte gegen die Scout von Gipi an. Ah, der kann ich nicht scouten gegen die Scout von Gipi. Eine Asport hinterm Truck, zwei Asport hinterm Truck. Einfach. Ähm, ah, schade. Einer ist, äh, links in dem, ähm, ähm, oh boi. In dem Stein, in dem großen. Ah, sehe ich. Kann ich so bestätigen. Ja, das ist die einfachere Smoke für Schlange. Ich gebe aber das Affengege. Hast du, du hattest da auch schon eine? Ja, ich, ne, ich hab's nicht geschafft. Ich wollte, dass die oben an der Decke abprallt und dann da rutsch. Äh, irgendein Toxic. Ich hab's dann. Juhu. Da liegen reichlich Bomben. Also, eine. Hättet ihr, wie kann man? Oh, schön. Wir haben die Bombe. Also, die Bombe-Sprim. Der letzte, der war Toxic drin, aber er wird meine Waffen unternehmen. Oh, das gibt ja auch was. Links unten, Tim. Noch weiter links. Ich gebe an Spawn. Ich mach' einen stepperig. Was soll denn das? Ja, da rechts hinter dem Schild. Hinter dem rechten Schild. Ja, 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 ja. Wegst, komm, nein. 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 Wegst, komm. Er hat wirklich getroffen. Er hat wirklich getroffen. Ja, die wird natürlich gesaved. Wir sind fassbar unglaublich. Wir sind begeistert. Wenn sie dieses wunderschöne Gerät einmal an ihre werten Teammates verbrachten. Dankeschön. Kein Problem, ja. Viel gehobener kann man Drop, please, glaube ich nicht. Und ausdrücken. Er hat aber sagen müssen, gib. Ja, er hat sie auch gemacht. Ja, damit. Müssen wir A gehen über Affengehege. So, hier schön links halten. Da muss ich ja wegs eigentlich wie zu Hause. Schön weiter links halten. Ich wusste, dass was kommt. Das war so zu machen. Wir sneaken ab dem, ab dem Futterding. Ja. Wer wird hier nicht gern wohnen? Wenn wir Kontakt haben, dann wird gerusht. Okay. Budi spielt da und Items spielt da. Links wir in den Zeiss checken, checken. Da gibt's gar keinen Kontakt. Are you ready? Weil jetzt gehen wir los. Und alle raus. Los. Los. Links. Ja. Vielleicht noch am Audi? Nee. Ganz schön. Oh. Äh. Juggler. Meins Schlange. Low HP. Einer links von uns. Von mir. Kannst du über mir halten? Einer rechts. Einer unten. Kannst du nicht. Ich war noch nicht da. Heide da. Keep your head low. Oh. Oh. Ich war gestackert. Ich war gestackert. Pass auf. Hörst du den Löwen neben dir? Oh. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ganz knapp. Fassbarer. Toller Klatsch. Dalu. Ich hab das mit der Zeit gesehen. Ich wusste mal. Ja natürlich. Hast du ja extra noch das Graffiti gesprüht. Richtig. Oh. Ich hab nur noch. Sechs Aufladungen. Das ist teuer. Das Fahrt. Kann mir nicht leisten. Ein 1,50 pro Bombe. Echtes Pay to Win. Nach dir geht mir denn. Smokeschlange. Ich bin hier zerwischt. Tut mir ein bisschen leid für sie. Close. Rechts. Close. Minimiert. Wir haben große Probleme. Löwengehege. Ja schon. Ich hab 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 schon. Okay. Das war kein Headshot. Alles klar. Einer hat noch 50 AP. Oh. Ich hab schon. Oh. Was ist hier los? Du musst irgendwie schauen, dass du im Leben bleibst. Ich bin weit weg. Da ist er. Schlangen raus. Er kommt jetzt Löwe. Ja. Man kann nicht sehen, wieviel Schaden man gemacht hat, ne? Konsole? Kannst du nachfragen. Oder? Ganz sauer. Könnten sie mir bitte erläutern, wieviel Schaden, mein liebes Schatz. Was war das jetzt? Ja hinter dir. Warte. Boah, wir sind hier aber... Wex, da liegt ne Waffe im Spawn. Oh, vielen Dank. Das Team-Fans hier eigentlich. Das war von mir ja. Wir ziehen hier an. Oh. Ich wollte doch Clown-Fische anschauen. Das passiert mir auch mal, wenn ich Clown-Fische anschauen will. Jawoll! Guckst du dir an! Hä? Die ist nicht schlecht. Killersmoke. Kippie ist unten in Schlange. Er dürfte nichts mehr haben. Werft mal ne Nate in Schlange rein, dann ist Kippie tot. Wann ist da Kippie tot? Ne Farmers. Warte, ich bleibe mal. Ich habe hier glaube ich einen frechen Winkel. Ich werde auf One-Tap gehen, Kunran sei nur auf mir drauf. Mach ich. Kriegst du nicht so hoch? Ne. Ich hab, wenn irgendwas von dir kommt. Komm schon. Ich hab, ich höre die Schlange. Beide Schlange. Oh, guck mal. Geht ein bisschen platisch. Hör mal die Beine raus aus dem Wasser, ja. Opi ist jetzt Wasserquals. Oh, ich habe übrigens zur Freude vieler Menschen neuen Sound auf meinem Soundboard. Der wird sich jetzt hoffentlich gleich ergeben, dass man den mal abspielen kann. Dass sich das noch gar nicht ergeben hat, wird der wohl nicht so gut sein, oder? Ne, ich bin jetzt erst drauf gekommen, dass ich den besitze. Die pushen hier Löwengehege. Vorsicht, Granate. Hebt Gebi. Vielleicht einmal hochkriegt und spawnen, umdrehen. Was noch zu irritieren? Aaaaaah! Ein Lacher. In Low Quality. Ey, ich dachte gerade, jetzt wird aber schon irgendwie um die Kakerlaken kommen. Ey, ich kann auch, ich, äh ja, den... den Jodler... Hast du das nicht ganz gesehen? Das hast du angehört, nämlich. Wir können jetzt hier die... Okay. Egil. Snipernest, einer. Hippie. Ah, was? Hallo? Geht nicht. Da links, ich glaube erst links, ne? Affengehege durch. AWP, da gibt es auch noch so einen Eingang. Oben auf B, ganz hinten durch. Ja, Kunran. Ja Kunran. Traumhaft Kunran. Überfahren. Items stand hinten durch mit AWP. Hier auf dem Spot? Ja rechts, rechts, rechts da. Da unten. Maus ist der. Ich würde fast einen gepflegten B-Rush ankündigen. Einfach unten durch. Ja, warum nicht? Haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht, ne? Mit Tag 9. Und B-Rush ist immer gut. Äh. Ähm. Okay. Wir beugen uns dem Druck, fragwürdige Waffen zu spielen. Ich hab eigentlich R-Tag 9 gekauft. Ich dachte, oh, wer reicht? Ich mag 10. Ich weiß nicht, was das für ein Geneingang war. Das ist alles logic. Ja. Ich muss mal items um, oder? Ich hab die Bomben langgegangen. Item steht da. Ich bin nach rechts zurückgegangen. Maxi hat's erwischt. Oh, will der durchwollen oder was? Warte mal, komm. Lange kann noch stehen, Dalot. Also kann schon wieder stehen. Kannst du auf der anderen Seite legen, Kunran? Ah, schade. Ja. Ja, ja, ja. Und wir pushen, Dalot, wir pushen mit B90 und jodeln. Nein, nein, musst du nicht. Julis hier, ich hab ein Messer schon. Ah, wegs macht ihr frech. Endlich mal Kills, ja? Endlich mal. Ich wurde aber auch teilweise im Zoo geboren. Hier ist übrigens eine A, wenn du willst. Es kommt dann bitte bitte auf. Kade. Oh my. Nichts im Sniper und nichts hinterm Audi. Ah, doch, da war einer. Close an der Smoke irgendwo weg. Okay, okay, okay. Vielleicht Richtung Äffchen unterwegs. Oh ja. Ah. Abgega. Abgega. Dadurch hab ich vielleicht geflasht. Nee, nee, nee. Du kannst ja nicht. Cool, 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 cool. Ja. Auf der besten Seite stehst du, ja? Oh. Auf seines Teufels. Wenn man selber da in den Wind schießt. An die Wand. Oh. Oh. Nennen Spots probieren, wenn die B durchpushen. Ich werd jetzt Gipi durchs Wasser wall bangen. Oh. Durchs Wasser? Ja, vom Balkon durch das Wahlbecken in Schlange rein. Das ist nicht schlecht. Ja, die Bombe. Warte. Dann auch weg mit dem Blödsinn. Ah. Da ist ne items mit der shotgun. Und er kommt vor. Hey, das ist wieder zurück. Was hattest du für ne Waffe? Ne AK, oder? Ja, er hat sie auch genommen. Oh, ich weiß. Ich weiß. Was? 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 mit rechts stehen hat es war wieder auf dem bmx langer durch komplex hat es in der awp komfort komfort links und er kommt noch von hinten das verboten die hier geschehen ich jetzt über deren base nach ist es wahrscheinlich früher oder später mit julie zu tun bekommen julie könnte über unseren spawnpushen die sind die beide waren sonst wobei es kann sein dass julie sie nicht mal schiebt doch also wie hat jemand geschoben da kann ja die gewählte welche kommen wir liegen neben audi alle fläche vom audi da war eine freche runde müssen wir mal ehrlicherweise gestehen kann sogar sein dass du den mit dem zeus gehittet hast weil du den schuss gesehen hast da hat lennart auch schon mal aufgestellt diese these da bin ich mir nicht sicher ob das wirklich so ist ja ich bin mir auch nicht sicher aber ich habe lennart da mal einfach vertraut weil er sagt immer wenn die nudeln rauskommen ja aber wenn du gerade geschossen das sind keine nudeln also aber im taser wenn die projektile da rauskommen dann hast du getroffen also weil dann ziehst du auf wen das an einem schlenkchen andere pspiel ist im schlenkchen ich wollte da keine granaten werfen aber ich habe die kiste drauf nehmen ne aber duck dich mal also geh mal hier hoch geht das vielleicht da oben drauf ich bin in der schlange ja ich will nur vorbeidauern lassen ja lass mich mal da drauf stellen ja da kommt nur noch judy schade die gula sg ich habe da noch nie was gehabt sehr schön oh nein da kommt nächste runde ja das schaust du dadurch glaube ich wozu da jetzt gesehen da kam keiner also probieren wollen wir mal irgendwie faxen machen das müssen wir trotzdem mal probieren da oben ein drauf stellen aber wenn gibt ihn noch lebt am besten ja das ist das ist fast auf kopfhöhe das ist das ja aber es ist nicht hoch genug ja einer ist hier close under smoke ne der ist wieder hinten im exit des items ganz auf der anderen seite rechts warte ja das für ne moderne pose da ah unter uns zu rechts er zielt das wirklich an ach der hält die andere richtung an julie vorbei ja 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 ganz freche du mal gib mir julie ist halt schon hinter dir nein ja ja der hat mich gesehen der hat er nicht shit der hat mich nicht gesehen ich hätte das Katsching, ob man das auch hört. Ne, hörst du nicht, niemals. Waffenwechsel hörst du nicht, du hörst doch keine Waffen-Pickups und solche Sachen, das ist alles ein Mythos. Du hörst nachladen, ne, hörst du nicht. Du hörst nur, wenn die Waffe wechselst und die Waffe runterfällt, dann hörst du logischerweise. Ob der? Pickups oder so hörst du. Abstand oben, ganz normal, wieder direkt links um die Ecke. Oh Gott, da kommt einer. Nein! Der Plan war gut, die Exekution nicht. Man sieht den Revolver, den wir jetzt drin haben müssen. We're going to the zoo. Hit mal Alibi. We're going. Alibi, Alibi. 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 So, item shooting squad, ja. Maxi steht hinten in Schlange. Ist durch, nach rechts. Kann die raus? Oh Gott. Amt ist ganz rechts wieder. Tornade out. An... Oh! Unten, B. Unten, B. Kommt keiner von hinten. Unterwegs, glaub ich. Keiner kommt von hinten. Ja. Den, 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 den. Den, 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 den. Studi kommt von hinten. Der, 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 der. Oh, ja. Bergfrei kommt von links. Ähm, vom Eingang. Oh, da, du. das war meine das auch ja das ist maxi war auch ein b-spot in Richtung Maus oder so oh was das war eine kriminelle Reaktion der ging noch ich dachte erst ihr flamed mich weil ich so langsam war der ging noch war eher so der Unterbereich der Reaktionszeit jetzt werde ich jugendliche vor meinem Grundstück verscheuchen das ist ein Sniper get on my lawn wenn du von hier in Schlange rein schießt was tut her von hier aus in Schlange oha dann musst du dich in den Kopf vielleicht dann musst du dich in den Kopf vielleicht ja oha das war ein Headshot aber er hat noch 12 vp wahrscheinlich jetzt snipe mal ich bin gespannt ich werde eh gleich von rechts geholt ist das Problem ne hättet ihr es da und hier eben Items 1-2 übrigens jetzt mal rechts oh da kommt es dann hinter mir hier ist einer vor dir oh das ging da oh ha ha wechseln jieses wieder so ein unlucky timings was hier die ganze Zeit geschieht keep your low keep your low I'm low gerade von rechts durch wahrscheinlich daher beide spot jawohl besser auch los bei dalo keine zeit gut lacker gut haben schreiben bei 32 klassischer thema ich bin ein freundlicher spieler wer unhöflich und zwar mache ich snake das ist ja fast eher mitte ja gut ich kann so um snake und unten halten auf b entweder wir gehen die affengehege durch oder es ist b wahrscheinlich das ist hier bei uns da war ich doch drauf wo geht mein schuss dahin er oben oder unten unten lächern letzter skipp hier unten mit deugel traumhaft der fucking taser er geht ab oder naja der wird warten und b planten war hier ein fuß? ach ja war aber wenn wir grad schon beim aquarium sind ja kann man eigentlich mit einem taser den fisch grillen du kannst die fische in dem ding töten aber aber auch im echten leben also kannst du damit den fisch grillen quasi das ist ja nichts anderes als elektro fischen oder? aber du kannst hier in den aquarien die fische töten das ist cool also das ist zwar extrem nicht das ist eigentlich überhaupt nicht cool aber das ist auch irgendwo cool super 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 ist das ja da will ich direkt nach hinter wenn du mitte hältst stelle ich mich affengehege in die absolute noob ecke ok und dann werden die alle dran vorbei jetzt wieder b oh god warte ich schreibe mal rum bei dir oben balkon ach geh puss puss mal weiter ja ja da stehen wächst ne da ich hör oh ich hab links angehört ich hab links ja zuwischen ich hab zwischen Smirn beim rein ich hab keinen beim mit dem beim bei Ah. Ah. Ich glaube, ich sollte mir neben meiner Diegel und einem Taser auch ein Diffuse-Kit kaufen. Sicher ist sicher. Warte, ist da eh gerade eins? Warum ist eigentlich Bibi bei uns am Spawn? Immer noch kaputze. Bibi kommt manchmal in den Channel, um zu taunen. Ich stelle mich noch mal absolut in die Luft. Booste mich mal, das ist doch bestimmt verpackt. Oder hier in dem... Das ist doch bestimmt... Ja, nee, geht nicht. Aber du kannst... Bleib da drin sitzen, in der Pflanze. Ja, ist das noch B? Wie? Lebt da noch an, oder? Nee. Bei dem steht Schlange unten. Oh boy, okay. Wenn ich jetzt darüber spiele, dann werden die rechts sein, ne? Oh. Oh. Gibi ist oben links. Auch über dir. Das war der Fall, ey. Ich hab den nicht mal gesehen. Boah. Okay, okay. Tim, du gehst jetzt nochmal A. Ich mach das nochmal genau so und ich verstecke mich direkt im Toxic. Ich verstecke mich direkt auf B. So ein B ist gerade echt schwierig zu retaken. Für mich zu sein. Ja, aber ich verstecke mich jetzt direkt im Toxic. Das wird... Okay, okay. Mega sick. Wo ist Toxic? Nee, mach, du gehst ganz normal. Ich bin wie gerade. Nur das Tim ist alleine jetzt auf A. Die haben mich ja nie gesehen. Und dann fehlt einer. Und alle denken sich so, wo ist der? Und dann... Taser, Taser, Taser. Ja, ich hab nur einen. Ja, nehm ich vier. Ist ja geil, wenn du die Steaks mehr kaufen kannst. Ich bleib einfach mal irgendwo. Balkon eins. Wieder Kippus. A kommt, A kommt. A kommt? Oh, das ist schlecht. Hält euch Mitte durch. Die alten Streamsniper. Zwei im Affen... Wie hab ich den nicht? Die sind schon im kleinen Häuschen. Items hat doch hier Admin-Vorteile irgendwie auf dem Server. Naja. Das ist halt ein X-Ray-App. Das hätten wir noch. Oh mein Gott. Oben auf dem Balkon drauf. Nicht auf unserem, oder? Ne, der ist tot. Kann man da durchfängen? Ja. Einer noch am Audi. Du siehst ihn doch. Unter dir liegt doch ne vernünftige Waffe, ne? Ja, du machst nach. Er hat keiner viel mehr. Er hat keiner viel mehr. Das denke ich mal erfunden. Ich hab nicht gesagt gefühlt. Rechts im Eck. Zum Chuck. Hallo, warum stoppt du hier nicht mit einem Schuss? Hast du einfach nicht mit einer Wahl geschossen, oder? Bitte? Hast du einfach nicht mit einer Wahl geschossen, oder? Bitte? Ich hab davon weggezogen, dann kam ich nicht mehr drauf. Achso, okay. Mag das so ein Nova auch mal nicht schlecht für mich? Ich hol Gipi am Balkon weg. Hast doch gar keine Nova. Hä? Was? Bessere Nova. Achso. Nova 2.0. B ist nicht am Balkon. Errush könnte sein. Ja. Oh Gott. Nein! Der Schmerz. Er hat Schaden. Ne, es ist B wegs. Der Daud ist wieder weg. Weiß keiner. Das ist Juli. Auf unbekannten Exkursen. Oh, da hat er einen Taser gekauft. Ich meine. Ah, von rechts, von unten ist Schlange gekommen. Ja, 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 ja. Ist glaub ich wieder hochgegangen. Egal. Was? Oh, das ist so schlimm. Oh. 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 Oh, oh. 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 Was ist geschehen? Tut mir leid, Juli, aber das ist ein Paralleluniversum. Ich weiß nicht, ob sie sich erschrocken hat, als ich vorhin war. Wir wissen, dass sie einfach nochmal Wanne gemacht hat, das ist einfach egal gewesen. Mich hat es gewundert, dass keiner von den anderen Dalu gesehen hat, man müsste seine Püpsi ja gesehen haben. Weiß ich noch nicht vom Winkel her. Das heißt, sie hat dann noch gar nichts gesehen. Aber warum habe ich jetzt schon wieder einen Taser? Habe ich nicht geschossen? Habe ich zu früh gewechselt? Die werden dir einfach gegeben. Ich habe keinen gekauft. Hatte ich gerade gar nicht geschossen? Doch. Doch. Du hast auf jeden Fall dann eben geschossen. Ja, aber vielleicht habe ich so schnell gewechselt, dass er gar nicht geschossen hat. Weil ich habe noch einen Tail. Oder da lag noch einer auf dem Spot. Dann würde ich im Bereich des Möglichen liegen. Hat man mit der Halt genaded? Nee. Ja, doch kann nicht. Es waren zwei. Nee. Oh boy. Ich bin noch am T-Spawn. Geht jetzt Richtung A-Mitte durch. Hat 10 HP. Okay. Ich wurde hier gerade fast gewallbankt. Ich glaube es war weg. Das kann ich gewesen sein. Einer kommt gleich von hinten wahrscheinlich. Hallo? Oh. 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 Hä? Er hat mich einfach vergessen. Ja weg, Alter! Jetzt Diffusen. Diffusen. Einfach Diffusen. Oh Mann. Wie? Wegstabst du immer noch hinter mir? Es. Ich hab. Okay. Ich hatte gerade keine Information. Wie viel auf Leben? Ja. Wo alle sind. Ich war so verwirrt. Ich dachte echt, bin ich an einem Gegner vorbeigelaufen. Ich war mir sicher, dass das Wax war. Und Julian hat auch vergessen, dass ich da war schon immer. Kann ich mal mit Regeln, Kunra? Kannst du mal A spielen? Ich probier mal auf B. Okay. Das. Montagabend, Alter. Gehirnschild aus. Wo geht's denn hier hin? Aha. Das ist ein ganzer Ebtnispark hier. Hier oben kommt. Hier unten kommt. Low HP. Wirklich ganz low. Hier oben. Ahhhh. Juli ist da oben. Nix. Ihr kam nen Nate eben da. Jaja, Gipi ist noch immer in der Mitte irgendwo. Wird wahrscheinlich über Schlange spät kommen. Lynn hat den Platz, die sie in der Mitte tiert. Links, close. Ja. Da war der mit ganz besonders lower P. Nur noch Gipi. unten auf dem spot direkt zentral oben er geht richtung schlange das war mir so klar deswegen wir haben aus der smoke rausgegangen die frage ist jetzt gehen die jetzt noch mal alle b-toxic reingehen wir gehen alle b hoch das ist frech ja ok ok ich nehme auch einen tether das muss schnell gehen ihr müsst rushen also ich habe nicht so viel zeit ihr müsst links links drehen und dann müsst ihr direkt mit dem 180 da oben runterspring ja die werde es besser wir kommen das ist eine gemeinheit was jetzt hier geschieht da kommt wer und los 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 alle raus da ja hinter mir irgendwo oben zwei also einer oben hinten oben unten also wir wissen halt auch von darum noch nichts doch ich habe ich war auch schon wieder ausgerannt ja guck mal das seite ist schon weg hä ist aber ok oh oh ich werde gemessert leute sie ist ja links wenn man mal oh nochmal ich muss mir einfach noch mal fleißig vorstellen wie hier rausläuft das meine ich ja das ist ein wundervoll ich plante einfach und dann ja wir sind alle arzt wir sind alle arzt bapapapam move it move it und dann das kann man so viel besser zerstört das wirklich als fenster da ist der orb auf dem auf dem flur wo war gipi und dann ist es nicht der gipi kommt schon durch flange diese die also dieses loch da rechts dürfte einfach nicht sein dass das zerstört weil du da so viele winkel hast du gleichzeitig abziehen muss theoretisch eigentlich einfach eine smoke irgendwo in die mitte er ist schon vb oh mein gott hat mir einfach ein motto gegeben aber wir hatten hier oben also ihr wisst was ich meine dann haben wir vier schüsse gebraucht das team ich bin tot hier in den aufzug nicht rufen wegs guckte die szenen an also den spot das für profis ich bin ganz sorge er hinter uns ist eigentlich aber der hinten ist ja das geht schon schnell vorbei ich hätte ich nie wieder alt nennen steht hinter mir oder kann einer den gang decken ich habe das meiste geld ausgegeben sieht sehr gut aus die meisten vier kills hier eindeutig eindeutig most free kills ist eigentlich ziemlich beindruckend der spender ja das ist aber ein titel den du echt nicht kriegst der meiste der meiste der meiste die das die 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 Untertitelung des ZDF, 2020